Ein Duell mit Schicksal und damit begrüße ich hier zurück zu einer neuen Folge von Yu-Gi-Oh! The Duellist Kinder? Heißt das sogar Kinder? Ich habe das ja lange nicht mehr gespielt gehabt, steht leider hier nicht. Jedenfalls, wir spielen wieder hier Yu-Gi-Oh! Und die letzten vier Sachen möchte ich jetzt noch schnell durchhusteln, aus dem folgenden Grund, ich glaube, Husteln kommt von Paluten, aber ist mir jetzt gerade egal. Und zwar ist der Grund nämlich, ich habe das Spiel lange nicht mehr gebracht und ich möchte jedenfalls ein Projekt einigermaßen, wir hätten ja noch Yu-Gi-Oh! Jax hier, was mein Bruder schon ein bisschen angezeigt hatte, wir haben noch Fifties, wir haben Zeal und wir haben noch die einigen Dings hier. Aber wir machen jetzt einfach Yu-Gi-Oh! hier weiter. Das nächste Duell war Mike gegen den echten Mike. Mike gab alles, was hier hatte, doch Mike war viel zu mächtig mit der Kraft seines Millennium Shops, hatte Mike den Geist von Mike in das Schattenreich gefangen. Eure Freundin macht seinen kostspieligen Fehler, sich gegen mich zu duelieren und jetzt fürchte ich, zahlt sie den höchsten Preis. Beachtet ihr bewegungsloses Aussehen, das ist, weil ihr Geist gefangen ist. Mit jeder vorbeigegangenen Stunde vergisst sie mehr, der Schatten nimmt alles, alles, was sie in ihrem Geist und ihrem Herzen hat. Durch die dunkle Magie gefangen, konnte Mike's Freundin nichts tun, um ihr zu helfen. In Ordnung, ihr langweilert, räumt das Feld für das nächste Duell. Das Duell war Seto gegen Ishii Tara. Die gleiche Itsu, die Yu-Gi und Thea im Museum begegnete. Sie war die geheimnisvolle achte Finalistin. Das ist eine ziemliche Überraschung. Ja, wir treffen uns wieder, Seto Kaiba. So, du hast Obelisk zurückgewonnen. Was, wenn ich für eine größere Bedeutung gekommen bin? Ich bin hergekommen, um meinen Bruder zu retten. Bruder? Ja, in den letzten 5000 Jahren haben die Itara das Grab des Paro-Obers bewacht. Nur Mike drehte sich genug um und das Böse in ihm ist jetzt noch stärker. Wenn du dich erinnerst, deine Millenniumsheilskette hatte die Macht, mir die Ereignisse, die noch kommen, werden zu zeigen. Und gerade jetzt sagt es mir, dass du das Duell gegen mich verlieren wirst. Genug mit den Millenniumsgegenständen. Ich glaube nicht an diesen Unsinn. Ich plane es mit einem Ziel und auch mit meinem Platz als Nummer 1 der Duel Land der Welt zurückzugewinnen. Du hast vergessen, dass es meine Idee war, für dich das Battle-Turnier zu organisieren, um Duelist wie Mike zu locken. Mein Plan ging auf, denn mein Bruder ist hier. Aber das schwierigste Aufgabe liegt noch vor uns. Das Böse in ihm muss gestoppt werden. Ich bin von abergläubischen Idioten umgeben. Nimmt euer horoskopischen Unsinn zu jemandem anderen Turniers. Meine Millenniumsheilskette sagt voraus, dass dein Mangel an Glauben der Untergang sein wird. Alter Schwede, jetzt habe ich ganz schön gelesen und gelesen und gelesen. Und wir haben gute Karten hier, Ringen und Zerstörung. Wir haben stilles Verhältnis. Wir haben eigentlich relativ sehr gute Karten hier. Und ich würde mal sagen, wir legen als erstes, legen wir Krieger Ritter. Und wir bespören ihn gleich mal. Denn ich bin das, ich habe jetzt mal die alten Folgen von Yo-Yo-Yo geguckt. Und habe einfach mal gesehen, yo, okay. Also, es ist immer so, dass die irgendwie die Monster auf... Was? Hä? Was? Was? Alter Schwede, was ging denn jetzt? Aber oben ist der Peiniger. Okay, ich will mal was probieren. Wir legen diese Zauberkarte hier und wir legen diese Karte hier. Und dann mit Ben ich mal in den Zug. Weil ich kann mir ja mal nichts machen. Oder was macht denn das hier? Also, ich habe jetzt so die... Oh mein Gott! Ich verliere ja hier richtig. Äh, warum hat... Alter, WTF! Yo, bleib mal ruhig, Alter! Was? Okay. Okay, wir setzen diese Karte hier verdeckt im Verteidigungsmodus und Ben natürlich, um den Zug zu schauen. Ich habe nämlich jetzt die Yu-Gi-Yo-Parts wieder geguckt. Bin noch nicht hier angekommen. Ich bin gerade erst, wo Yu-Gi in die Burika gekommen ist, da Mike ihre Karten wiedergegeben hat. Ich habe verloren. Oder noch nicht ganz. Aber trotzdem... Alter, wie war es? Ich habe Obelis auf dem Peiniger hier. Und ich kann einfach nichts machen. Was geht denn bei der ab? Die gehen alle auf den Friedhof. Also es war das schnellste Duell, was jetzt irgendwie in meiner Laufbahn gewesen war. Ich glaube mal, wir setzen das erste Sitz mal, guckt der Gier ein, damit wir vielleicht am schnellsten ein paar Karten anbekommen, weil wir haben überhaupt nichts. Ja, okay, ist schon okay. Okay, dann würde ich sagen, obwohl ich die gerade eh wieder verlieren werde, obwohl, warte mal, die wird uns das später noch ziemlich, ziemlich gut helfen, würde ich mal schätzen. Wir beschwören einfach, die 1100 ist glaube ich nicht ganz so wenig und deswegen gehen wir mal hier in die Endphase, auch wenn sie wieder hier angreift mit irgendeinem Monster, was sich wieder nicht, äh, bei 5 Sternen, du musst doch, bei 5 Sternen muss man doch eine Karte weglegen. 6 Sternen, warum können die einfach Karten hinlegen? Das geht nicht. Wir setzen diese Karte im Verteidigungsmord. Ey, es gibt's doch gar nicht so ein dreckiges fucking Ding hier. Ja, komm, wir setzen hier noch diese Karte, äh, ich muss mal nochmal gucken, was die macht, ich hab vom Lesen her nicht ganz kapiert. Es gibt's doch gar nicht. Das, das, auf die Folge bin ich echt gespannt, was da passiert war. Wir aktivieren einfach mal den Effekt, um zu gucken. Wir können den Obelisten, können wir uns zum Beispiel überhaupt nicht holen, also holen wir uns den Weißen. Und wir beenden unseren Zug. Dafür hab ich jetzt lange gebraucht, um zu überlegen, ob ich jetzt meinen Zug beende. Warum hat sie diese Karte jetzt aktiviert? Die soll die ersten obersten 5 Karten von ihrem Deck weglegen. 1500. Äh, ja, wir aktivieren mal den Effekt, weil ich möchte nochmal gucken, was diese Karte hier richtig macht. Wir wählen diese Karte hier aus. Und die ist einfach zerstört. Und wir verlieren nochmal, ah, okay. Ah. Kapiert. Ich will jetzt einfach mal was riskieren. Wir werden einfach mal hier diese Karte aktivieren. Wir können einen Monster uns holen, äh, was in den Verteidigungsmodus geht. Kann aber nicht angreifen. Wir setzen den Effekt von Seelentausch ein. Können uns einen Monster ausbilden von seiner Seite. Können, äh, und wir aktivieren dadurch, äh, und holen uns den Weißen Drachen mit eiskalten Blick. Wir Opferner für diese Karten, machen mit allen die Flip-Beschwörung und greifen ihn einfach mal an. Oh, wir können uns eine Karte aussuchen. Oh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so gut war. Flip-Beschwörung mit Fäuser-Blinderer auch. Und wir können nicht angreifen. Nein! Wir können die ganze Runde nicht angreifen. Oh, äh, äh, äh. Ich dachte nur mit dem Monster. Nein, die Karten nicht aktivieren, weil es bringt jetzt nichts, weil wir die Karten nicht sehen. Wir aktivieren den Effekt von Donnerdrache. Er geht auf den Friedhof. Ach, wir hätten noch mehr Monster ziehen können, aber wir hätten dann... Ne, 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 wir lassen das mal lieber. Wir beschwören lieber diese Karte hier, den Donnerdrachen. Ne, aber einen Effekt... Ne, das machen wir dann nicht. Wir beschwören aber... Uns einen Kaiserkleiter. Abwanderer für wilder Kobolds. Und wir gehen jetzt in die Battle-Phase und greifen ihn... Nein, ich möchte einfach fucking keine Karte aktivieren. Wir greifen ihn an. Die geht davon aus, nur Karten zu ziehen. Okay. Das wird so nervig, diese Karte hier. Und wir greifen ihn an. Dreck, komm, komm. Nein, ich möchte fucking keine Karte aktivieren, weil das kotzt mich langsam an, diese Karte. So, wir gehen in die Endphase. Wie bitte? Vier... Viertausend? Das hab ich grad nicht richtig. Viertausenddreihundert. Für jedes Typ Fee auf... Ach, du... Ich kann nichts machen. Ich kann doch was machen. Ich kann was machen. Ich kann was machen. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn ich die Karte jetzt aktiviere, ob ich das nochmal drauflegen kann. Ich kann es nochmal drauflegen. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Ah, 3100. Ich hab gedacht, die Hälfte? Scheiße. Ich möchte gerne Nobelist legen. Oh fuck. Pure Scheiße. Sie fängt jetzt an. Und ich bin... Ich bin verloren gegen die. Ich kann einfach nichts machen. Das kotzt mich sowas von an. Guck mal, die zieht Karten nach Karten, ziehen nach Karten, ziehen nach Karten, ziehen nach Karten ziehen. Jetzt hat er schon 23.000. Dagegen kann man doch nichts mehr anfangen. Ich lege diese Karte, setze ich jetzt? Setzen? Dann könnte ich mir noch Monster Stufe 5 oder höher holen, was ich sowieso gerne mache. Und das war's. Ich kann nicht... Doch, ich kann diese Karte noch setzen. Bringen der Zerstörung. Aber... Ich bin... Ich bin verloren gegen die. Eigentlich müsste ich nicht... Ich weiß nicht, wie die letzten Kämpfe wären. Das wird doch schrecklich. Äh... Alter! Was geht denn bei der falsch? Ich... Hä? Ich kann einfach nichts machen. Ich bin echt am Arsch. Jetzt kann man doch keinen antun, diesen Kampf. Guck mal, ich kann jetzt allein schon nichts mehr legen. Okay, Leute, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Alter, was ist denn das für ein Kampf gegen die? Guck mal, ich hab selbst Obelist, aber ich kann ja nicht ausspielen, weil sie immer wieder Karten legt, die irgendwie alles wieder... Ja, schön. Das will ich ja machen. Aber... Das kann ich nicht. Na gut, bis zum nächsten Mal. Sagt er mir ins Wort. Tschüss.